Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen spiel minecraft story mode natürlich das spiel ist natürlich nicht neu aber das ist neu auf steam seit Gestern ist es raus ich nehme es heute am mittwoch auf ihr werdet es wahrscheinlich am samstag oder so sehen ich weiß nicht Davor Eine sache will ich noch kurz vorher wählen das spiel regt mich minimal auf minimal Fenstermodus alle super top fps Ich habe es noch nicht gespielt aber hier im ladebildschirm 200 fps okay gut Stellt auf voll mit um mit damit aufnehmen kannst stelle ich auf voll mit um dauert 50 fps und mein bildschirm flackert wie sauer Alter das kann doch nicht sein warum So wie geht es mal auf play und wenn das gleich immer noch so flackert dann wo ich gucken Das wirklich zu sehr aufregen so choose your appearance ich habe sie bis noch gar nicht gespielt ich habe ich war hier selbst hier noch nicht drin wir nehmen Die mag ich am meisten spricht man meistens zu was jetzt hier sort of the stone start episode Da geht es los meine leute ich hoffe ich habe die fps sind ganz gut hier war so eine entscheidung auf 50 gelockt so wie es aussieht es gäbe sie diese Die mag ich habe sicherlich sind was es nicht zu schnell Die mag ich hatte nicht so einfach so wie es ist noch nicht so aufverein Und die legend nicht hier und auch wie groß die kleine Fades mit Zeit Mit jedem Jahr passen, mehr und mehr Details sind verloren, bis alles, was bleibt, sind Myths, Halftruths, zu sagen es einfach, LIEs. Und zwar, in dem ganzen Universum, zwischen hier und den Far-Land, die legend der Order des Stones endures, unabhängig als selbstverständlich Fakt. In Wahrheit, es ist nur eine Träubung-Land, die braucht für Helden. Und wir haben, so lange vor, vier Helden, wie diese. Gabriel, der Krieger, bevor die Wälder, die alle Kombatanten schreien. Elagard, der Redstone-Engineer, die Maschinen schreien eine Erre von Invention. Magnus, der Rogue, die seine Kreativität destruktive, für den Vorteil von allen. Und Sorin, der Architekt, der Welt, und der Leiter der Order des Stones. Die vier Freunde, zusammen, würden sie so viel geben, um ihre rechtliche Platz als vier Helden zu bekommen. Die größte Herausforderung würden sie auf eine gefährliche Reise, um ein mysteriöser Kreativität, wie der Ender-Dragon. Im Endeffekt, die Order des Stones veröffentlichte, und der Dragon war verletzt. Die Geschichte war voll, sie wurden in die Spiele der Legend. Okay, wir sind einer davon, oder was, oder? Aber wenn eine Geschichte endet, eine andere beginnt. Ja. Uh. Es ist nur eine hypothetische Frage, Jesse. Also, ich habe ein Sensor des Tageslicht auf dem Ruf. Und wenn ich das richtig mache, diese Lampen muss aufhören, wenn es kürzt wird. Ich wollte nur nicht hier mit nichts bleiben, während wir in der Begründung competition. Er kommt mit uns. Really? Was? Was für eine Frage ist das? Natürlich ist er. Okay, ich sage nicht, er sollte nicht kommen. Ich bin nicht. Aber nicht wahr, dass du ihn mit ihm anst, dass du ihn mit ihm anst, wo du gehen? Er macht uns wie, ich weiß nicht, amateurs. Ruben ist mein Lieber Freund. Ich dachte, ich war dein Lieber Freund. Both of you are. Ich habe nichts gesagt, dass ich es nicht sagen kann. Ich bin glücklich, dass er kommt. Ich möchte einfach nicht mehr Menschen geben, um uns zu nennen, um uns zu verletzieren. Ich bin ein bisschen zu verletzieren. Ich bin zu verletzieren, dass ich ein Lampen bin. Wir sind nicht verletzieren, Olivia. Wir verletzieren immer alle Zeit. Das ist das, was wir tun. Okay, das ist wahr. Ich kann mich nicht erinnern, die letzte Mal, dass wir nichts gewonnen haben. Aber wenn das so ist, das bedeutet, dass wir gewinnen, dass wir als Verletzieren sind. Okay, okay. Okay, okay. Du hörst das? Oh, nein. Move! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, Mann! Ihr seid total aufgeregt. Das war das! Oh, Axel! Was ist das? Was ist das? Jetzt werde ich ein Päckchen in Endercon. Ich dachte, wir waren Freunde. Cool mask. Es ist, nicht wahr? Ja, sehr überzeugend. Haha. Ein Blick auf deine Gesichter. Du bringst die Feuerwerke? Natürlich, ich habe. Ich habe sogar etwas für den kleinen Mann. Nice. Du bringst Ruben, ein Verzicht? Um, wir gehen zu einer Konvention. Somebody muss eine Kostüme tragen. Haha. Er sieht toll aus. Es hat mir nur ein Millionen Stunden zu bauen. Okay, okay. Du hast definitiv die Feuerwerke, richtig? Ja, ich bin bereit. Ich habe dich auf, Leute. Wenn er wirklich dein best Freund, dann würde er nicht aufhören, wie so sein würde. Die einzige gefährliche ist, als ein Kostüme auf ein Päckchen? Er versucht, es auszutauschen. Haha. Hör dich auf und hol dich auf. Ich will dich nach unten, okay? Okay. Okay. Ich habe mir jetzt schon das Spiel. Ah, Just the Mountain, ja, das ist zu hoch. Oh, das ist gar nicht... Okay. Äh, ja, öffnen wir die Chester. Shear ist definitiv an die Knie. Ich weiß nie, was ich brauche, um ein paar Schäden zu nehmen. So geht's. the Warrior. You think we'll ever get that famous? It's not impossible. Maybe I'll get famous for my sweet poster collection. Haha. For the poster collection, alter. One of these days, we're gonna win the Endercon building competition. And when we do, people will look at us and say, hey, there goes Jesse and Ruben, winners of the Endercon building competition. They really should change the name. So was? Sollen die den Namen nennen? This stand is a gift, but I don't have any armor to put on it. Maybe someday. Ruben, talk to you! Ruben. That'll do, Ruben. That'll do. Ah, it was funny. Then we can't see anything else. Let's do something else. There is another chest. Search. Hmm, Flintstone steel, not too shabby. Feuerzeugen, okay. Feuerzeugen und Scheren haben wir schon mal hier. Okay, dann, ah, da hat Traptor. Da hab ich gerade sucht. Dann wäre er rauskommen. Ah, Schwein kommt. Ruben kommt mit. Komm mit, Ruben. Was ist ein süßer Fratz? Weil ich finde das irgendwie cool, dass sie sowas machen. Let's roll. Yeah, dude. Roll. Oh, vielleicht kann ich jetzt auch in 50 FPS raus on das Video. Okay. Spitt it out, Axel. Part 1. The special guest at this year's Enercon is none other than Gabriel the Warrior, him freaking self. Whoa, what's part 2? Part 2. According to my sources, the winner of the building competition is gonna get to meet him. It doesn't mean anything, if we lose. But if we win? Oh, man. This would make up for all the losing. I wish they were all gonna be there. Does nothing please you? You have to meet all the members of the super secret, super legendary Order of the Stone? I wasn't saying it wasn't cool. I wasn't saying it wasn't cool. I was just saying that would be cool, too. So, does this source of yours make posters for a living? Huh? Yeah, my source doesn't exist. You guys are my only friends. Guys, let's stay focused. We have a competition to win. We never win. And this year, we've got Ruben with us. We basically have no chance. We're going to win, because... What are you talking about? Because up to now, we've hated losing. But today, today, my friends, we're gonna start learning how to love winning. That didn't sound as good as it did in my head. No, no, I'm with that. All right. Wait a minute, wait a minute. We're thinking about this all wrong. The point of the building competition isn't just to build something. We have to do something to get noticed by the judges. Okay, then. So how do we do this? We don't just build something functional. We build something fun. After we finish the fireworks machine like we planned, then we build something cool on top of it. We might be on to something. If we want to get a reaction out of the judges, you build something scary. So I say we build a creeper. Wouldn't an Enderman be better? I'm more scared of Endermen than Creepers. They both have their moments. They both pretty scary. Then again, you're scared of the crap out of us with a creeper today. Let's build a zombie. I guess that's kind of like a creeper. Eh, it's a monster. It's fine. We are so ready. Yeah. I think this is the first time we've decided on something before getting to the competition. I think we've got everything we need. It wouldn't hurt to grab a little more. Let's get to grabbing then. We're so prepared. We can't lose. And not. Well, had ich jetzt irgendeins von denen genommen, dann wäre die eine sauer auf mich gewesen oder der eine sauer auf mich. Deswegen habe ich was anderes gemacht. Derring ist Derring. No, das ist das gleiche Sache. Vergiss es. Team! Auf drei. One, two, three. Team! Ja, das Schweinchen ist das coolste. Pfeiltasten! Pfeiltasten! Genau! E. Ach. Wirklich, viel ist lustig. Das sind aber Steine gewesen. Wir wissen, was wir bauen, wir haben alle Dinge dafür. Wir sind so bereit. Dieses Jahr wird es anders sein. Ich bin nicht nur bereit, zu bauen. Ich bin bereit, zu gewinnen. Oh. Wieso flackert mein Bildschirm? Order of the Pig, Junge. Der Baum flackert mein Bildschirm bitte so. Ich hoffe, das sieht man ja nicht in der Aufnahme. Regt mich richtig auf. Okay, wir haben wieder hier so ein kleines Dings. Ich dachte eigentlich, das ist... Alter, Baum flackert der Bildschirm so hart. Alter, das regt mich auf. Ah, das ist da hinten. Ähm... Ich würde gerne unterbrechen und gucken, ob das in der Aufnahme ist. Ja, ein verdammte Beacon? Ein verdammte Beacon? Das ist ein kleines Glas. Sie bauen nicht nur ein Beacon. Sie bauen nur ein Ränenbeacon. Wir werden es verlieren. Unsere Design ist viel cooler. Ein gigantischer Zombie ist viel cooler als ein fehlendes Licht. Wir haben nichts mehr mehr. Wir haben etwas nicht mehr. Wir haben etwas, die nicht. Färben. Wir haben etwas, die wir nicht. Färben. Wir sollten wahrscheinlich zuhören. Wir sollten wahrscheinlich aufhören, sie zuhören. Und er wird in Endercon gezeigt. Du bist unverlässig. Vielleicht nicht alle von dir. Endercon gibt es nicht in der Flüge oder in der Flüge. Ich spreche über dein Gehirn. Du sagst, er ist Essen. Reuben ist nicht Essen. Ich könnte mich verletzen. Er sieht gut aus. Das klingt wie ein wunderschönes Kompliment. Du musst mich erst essen. Uh, wir versuchen es nicht zu kommen. Stopp wasting your time Aiden. We've got work to do. You're lucky I'm busy. Hey Jesse. Hey Petra. How's the bill going? Only time will tell. Hey Petra. I forgot to thank you for that Netherstar. Hey Lucas. Not a problem. For the right price? I'll help anyone. If you need anything, you know where to find me. Put in Netherstar. None of us know where to find you. Exactly. No hard feelings guys. And if you're cool with Petra, you're cool with us. So why don't we just forget about all this? And you know, make this about how cool our builds are. May the best team win. Careful what you wish for. We'll see about that. Ladies and gentlemen. Welcome to the Endercon building competition. The winners of this year's competition will have their build featured at Endercon. The winners will also meet in person Gabriel the Warrior. Ocelot. 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 Whoa. Handshake. We don't have handshake. We'll just make one up. We'll call it the... The... The Warrior Whip. And just like that, I'm nervous again. Nicht so sprechen, wir können das tun. Stich auf den Planen und alles wird gut sein. Dieses Jahr kann die Ordnung des Pigs nicht verlieren. Los geht's! Das Bild beginnt... jetzt! Oh nein! Ein Feuerwerksdispenser? Ich bin so Angst! Wichtig. Wichtig. Yeah! Alter! Not bad. Die Glasaugen gefallen mir nicht. Wo sind die alle hin? Und jetzt ist der Moment der Wahrheit. Hier geht nichts. Das sieht so cool! Wir werden das bestimmt gewinnen. Wie kann jemand nicht liebten Zombies? Good call, Jesse. Leute, die Leute schauen uns an. Good build, Mann! Was? Oh nein. Hehehe. Jetzt versucht er bestimmt... Ja, died wall und jetzt macht er bestimmt... Oh nein, Ruben ist auf Feuer! Ruben, nein, komm zurück! Der Wichser fängt im Woll an zu brennen. Der Wichser. Wir werden das Bild verraten. Ruben wird verloren. Wir müssen etwas machen. Aber unser Bild wird in Flamen gehen. Wir müssen Ruben! Wir sind gerade hinter mir! Wir sind gerade hinter mir! Wo ist Ruben? Nein, ohne Witz! Ah! Tja. Musst du leider das Ding zurücklassen, aber... Sorry. Welche Lights? Die Feuerwerke oder was? Ruben? Da sind Spuren... Da sind Spuren... Da sind Spuren... Da sind Spuren... Da möchte ich hin... Aber ganz gesprenzend... Cool Sache... Hmm... Take Tracks... Das sollte es eigentlich gewesen sein... Was haben wir hier noch? Knocktree... Da muss hinter... Nein, ne? Oder hat einer hingepinkelt... Ruben? Ruben? Komm her, boy! Nein, 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 da wollte ich nicht lang! Nein! Ich wollte eigentlich zu den Pick-Dingern! Scheiße! Scheiße! Es sieht nicht aus, wie das Feuer wird spuren... Ich wüsste, Ruben hat das angefangen... Das... Da war gerade ein Oink... Oh nein... Ruben, sind Sie da drin? Verwecken... Stupid... Running... Ruben... No... Nein, nein, du hast das... Ruben! All Pigs... Ruben! Shut up! Ruben! Where are you, buddy? scheißhuhn niemand will dich jetzt haben wir hier noch weiter Reuben, es wird schrecklich hier draußen Reuben? Reuben? Oh nein, bist du in da, buddy? Oh, jeez, bitte nicht, Reuben.